Musik Ein Bündel ist ja ein geschnürtes Paket, das besteht aus vielen Teilen und das war für uns das Sinnbild der Schweiz. Die Schweiz besteht aus verschiedenen Landesteilen, aus verschiedenen Landessprachen und Regionen, Kantonen natürlich und die zusammengezurrt ergeben das Ganze die Schweiz. Wir haben eigentlich in unserem Architekt vor zwei Jahren gedacht, dass wir etwas, das wirklich an uns gehört hat, sondern wir haben immer neue Konzepte und neue Design gefunden. Also, für mich als Direktor der Machen International Events, um mein eigenes Haus zu haben, das ich in einem Stadion haben kann, ist eine sehr spannende Idee. Die Materialien sind fast alle ausschliesslich aus der Schweiz. Wir haben das Holz aus der Schweiz natürlich, wir haben das Helvetia-Geflecht und dann sind natürlich auch die ganzen Möbel. Das gesamte Mobiliar ist Schweizer Design. Unsere Möbel, ein Teil Schweizer Geschichte, sollen auf die Weltbühne im House of Switzerland gelangen. Beständige Stühle, Tische, hergestellt in der Schweiz aus Schweizer Rohstoff. Die Weise, wie ich sehe, ist, dass es Schweizer unter einem Roof ist. Und unter diesem Roof gibt es eine Schweizer Sport, eine Schweizer Ökonomie, eine Schweizer Politik, eine Schweizer Bevölkerung, eine Schweizer Food. Das ist es, Schweizer unter einem Roof. Musik 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 Musik